Kommen wir nun zu einem weiteren Spezialthema bezüglich HTML und CSS, der Zeichencodierung. Ich werde Ihnen die einzelnen Punkte hier auf dieser Folie nicht erläutern, denn dazu gibt es berufendere, nämlich unseren Tom Scott. Er wird Ihnen, aus vollem Enthusiasmus heraus, etwas über Zeichensymbole und dem Wunder des Unicodes erzählen. UTF-8 ist vielleicht der beste Hack, der beste einzigartig, der benutzt wird, der auf dem Nachbarn geschrieben wird. Und so wurde es zusammengefasst. Der erste Draft von UTF-8 wurde auf dem Nachbarn geschrieben in einem Diner. Und es ist so ein elegant Hack, der so viele Probleme löst, dass ich es absolut lieb. Und unter PHP-Programmierern ist das weiterhin so, weil dort jedes Zeichen mit einem Byte codiert wird. Und Sie erst dabei sind, das Ganze auf UTF-8 richtig umzustellen. Aber bleiben wir mal bei der hauseigenen Sprache Java und dem Windows-System. Dort werden Texte in UTF-16, also in zwei Byte, in Doppelbytes, codiert und auch entsprechend so verstanden. Gehen wir mal auf die Seite. Diese Seite ist in UTF-8 geschrieben. Hier ausgewiesen. Und sollte jemand daherkommen, dessen Browser auf einen anderen Zeichen, Code eingestellt ist. Sagen wir mal, eine Milliarde Chinesen können sich nicht irren. Wir nehmen Big Five chinesisch traditionell. So sehen wir natürlich, dass unsere Besonderheiten in der deutschen Sprache nicht richtig interpretiert werden. Umlaute, überall Umlaute denke ich. Aber im Großen und Ganzen wird es richtig dekodiert, als die Rückfalloption ist ASCII. Die ersten sieben Bit in UTF-8 werden immer korrekt dargestellt. Damit könnte man leben. Aber wie sieht das aus, wenn Sie eine UTF-8 codierte Seite weiterverarbeiten würden in Java? Ich zeige Ihnen das mit der entsprechenden Codierung. Sie hätten es dann mit Unicode UTF-8.16 zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob der mit Little-Engine oder mit Big-Engine arbeitet. Aber schauen wir mal, wie er diese Darstellung verstehen würde. Unser Java Compiler. Tjo. Irgendwie chinesisch oder fernasiatisch. Aber nicht so, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Daraus lernen wir eins. Wir müssen jedes Dokument, das wir transportieren, das wir zur Anzeige bringen, das wir weiterverarbeiten, über Systemgrenzen hinaus, also HTML nach Java beispielsweise, immer entsprechend mit dem MIME-Type auszeichnen und mit der dort gewählten Zeichen-Codierung. Wie können wir nun ein HTML-Dokument aus einer Datenbank über den Webserver, über das Netz in einen entfernten Browser mit der richtigen Zeichen-Codierung übermitteln? HTML-Standards gibt es ausgehend von der Tatsache, dass der Text eines HTML-Dokumentes beliebig kodiert sein darf. Können wir oben deklarieren, in einen Meta-Tag, von welchem Content-Type der Text ist und in welchem Zeichen-Code unsere Zeichen kodiert sind. Der Webserver sollte per Header, HTTP-Header, diese Kodierung mitteilen und in jedem HTML-Dokument sollte der Zeichensatz entsprechend ausgewiesen sein. Richtig ausgewiesen heißt ja immer, dass die Zeichen-Codierung des HTML-Dokuments, so wie es in der Datenbank hinterlegt ist, gespeichert ist, dem Zeichen-Code entspricht, wie der Webserver es ausliefert, der liefert alles aus, so wie er es vorfindet, und der Browser diese Information auch richtig auswertet. Entweder über den HTTP-Header oder über das Meta-Tag, was wir da oben gesehen haben. Der Server kommt uns da eigentlich nicht in die Quere, der schickt alles so raus in dem Zeichen-Code, wie es ihm übertragen wurde. In der Realität gibt es mannigfaltige Probleme, die dazu führen, dass Umlaute merkwürdig aussehen. Schauen wir uns das mal im Detail an. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie Sie sicherstellen können, dass Ihr HTML-Dokument Ihre Webseite in der Cloud von Cloud Control auch im richtigen Zeichen-Code dargestellt wird. Wir gehen dazu einmal in die Eklipse, in unsere Entwicklungsumgebung, wo wir hier nichts sehen. Also legen wir als erstes ein Projekt an, gehen in den Projektexplorer, rechte Maustaste und nun, Obacht bitte, das richtige Projekt, den richtigen Projekttypus auswählen. Wir wollen eine statische Webseite für die Hausarbeit erstellen. Also wählen wir das entsprechend aus, geben dem Projekt einen Namen, Hausaufgabe. Wir haben ja mehrere zu tun, sagen wir, Kapitel 6 war es. Gut, das passt alles. Und den nächsten Aspekt, ja, das passt auch alles, beenden wir das. So, und jetzt hat die Eklipse etwas vorgearbeitet für uns. Erst im zweiten Teil des Kurses werden wir uns über JavaScript unterhalten. Das brauchen wir hier nicht. In dem Web-Content wollen wir jetzt die Webseite erstellen für die Hausaufgabe. Das ist jetzt der Ernstfall, ja. Achten Sie bitte drauf. Wir generieren jetzt eine Datei, nicht irgendeine. Wir bräuchten keine IDE, wenn uns da jetzt irgendetwas produziert wird. Sondern wir wollen eine HTML-Datei erstellen. Dann tun wir es doch. Die wird im richtigen Verzeichnis erstellt. Sie hat noch keinen Namen. Ich nenne sie mal index.html. Und dann gehen wir mal zum nächsten Dialogfeld. Und jetzt sehen Sie die Mächtigkeit einer IDE bei der Erstellung spezifischer Dokumente. Ja, wir sind ja im HTML-Bereich. Und Sie können jetzt hier Vorlagen generieren, die dann auch syntaktisch fehlerfrei sind. Wir wollen eine HTML-Datei erzeugen, die... Warten Sie einen Moment. War das nicht schon der Fall? Ja. ...xhtml1.0 strikt ist. Ja. Sie sehen hier schon im Preview, wie das aussehen wird. Also vollenden wir unser Werk und schauen uns das mal im Detail an. In der ersten Zeile, die wichtig ist, deklarieren wir dieses HTML-Dokument als xhtml. ist basierend auf xml. Wir müssen also die xml-Version in diesem Tag als erstes benennen. Und auch für xml-User-Agents müssen wir die Zeichen-Codierung mitteilen. bis hierhin das x vor HTML. Um sicher zu sein, dass wir auch xhtml1.0 im Typus strict übertragen, oder dass der Browser dieses hier so liest und entsprechend handelt, haben wir die Doctype-Deklaration. Sie wissen, dass das hinterlegt ist im Netz, also Document-Type-Definition, wie dann dieser Text, der da kommt, auszuwerten ist, zu interpretieren ist durch die Browser-Engine. Da wir es mit xml noch zu tun haben, müssen wir den sogenannten Namespace angeben. Ja, und das ist auch wieder hinterlegt in einer Spezifikation bei W3C. All das ist notwendig, damit das nachher nach xhtml1.0 strict validiert im W3C-Validator. So, und hier haben wir unser Meta-Tag. Und hier ist der Content-Type richtig deklariert und unser Zeichensatz, weil das ist Standard. Wir würden jetzt hier einen Titel angeben. So, Ihre Aufgabe ist es ja, in der Hausaufgabe Kapitel 6 eine Tabelle zu erstellen mit allen 77 xhtml1.0-Strikt-Elementen. Das heißt, Sie würden hier hingehen und die Tabelle einfügen. Natürlich noch ein bisschen mehr, ein Paragraph, das einbetten, wie toll Sie das alles hier machen wollen. Und wenn Sie hier anfangen zu tippen, und es muss ja wohl mit einer spitzen Klammer in der HTML-Welt beginnen, dann sehen Sie die Mächtigkeit auch hier wieder der IDE. Es gibt Vorschläge. Sie wollen eine Tabelle erstellen. Da hat er was. Ja, also wählen Sie es aus. Und da ist sie. Und der Cursor ist an der richtigen Stelle. Irgendwie müssen Sie ja wieder anfangen mit Header, Rows, Data und dergleichen mehr. Schauen Sie, was möglich ist. Ja, Caption, Column, Column Group, G-Body und so weiter und so fort. Also nutzen Sie die Möglichkeiten von Auto-Suggest, von Formatierungsoptionen. Gönnen Sie sich zwei, drei Stunden mit der Eclipse, um all diese Unterstützungsfunktionen kennenzulernen. Sehr hilfreich ist dann auch die entsprechende Materialiensammlung unter Help. Gut, wir haben also die Datei so ausgewiesen. Gehen wir gerade mal zurück. Und wir könnten uns die Eigenschaften uns hier nochmal im Detail ansehen. Properties. Und schauen, ist das alles so, wie wir das haben wollten. Ja, es wird UTF-8 kodiert. Das ist auch unser Standard. So ist es gut. Und alles andere ist auch so, wie es sein sollte. Na ja, Sie sollten vielleicht noch auf den Level 2 von Cascading Style Sheet umschalten. Apply. Okay. Wir sind immer noch nicht ganz sicher, ob das, wenn wir das jetzt speichern, mit entsprechend, ähm, das war jetzt Steuerung, S, ob, ob was, ob der Editor so eingestellt ist. Arbeitet er prinzipiell immer mit dem richtigen Zeichensatz und der Zeichenkodierung, UTF-8. Also Unicode in UTF-8 kodiert. Das finden wir heraus, indem wir in die Preferences gehen, ja, in den Einstellungen nachschlagen. Das ist gewaltig, was sich hier auftut, also keinen Schrecken kriegen. Und, äh, in Ihrer Arbeitsumgebung, Workspace, haben Sie, das ist ja hier schon alles aufgeschlagen gewesen von mir, den Hinweis, dass alle Texte, die Sie mit der IDE, ob Java, ob sonst was, erstellen, entsprechend UTF-8 kodiert sind. Ja. Wenn Sie das nicht wollten, müssten Sie, UTF-16, Java, ja, ISO 8859-1 aus einer vergangenen Zeit, Latin 1 oder noch tiefer gehen auf 7 Bit ASCII, aber das wollen wir alles nicht. Wir haben, wir sind angekommen im neuen Jahrtausend und entsprechend sind die Standards hier in den Browser noch richtig gestellt. Das gilt nicht, wenn Sie etwas mit Notepad machen oder irgendeinem da, einen anderen Editor. Da werden Sie sich wundern, äh, in welchem Zeichen, Code alles gespeichert wird. Unter Umständen unter Windows 12, 52 oder ähnlich. Und darüber hinaus sollten Sie schauen, dass Dateienden und Zeilenumbrüche alles in Unix-Manier passiert und nicht nach Windows. So weit, so gut. Da haben wir nichts geändert. Das stimmt alles. Und damit wären wir auf der sicheren Seite, dass wenn wir diese Datei speichern, alle Zeichen des Textes UTF-8 kodiert werden. Wir haben dem Browser die Mitteilung gemacht. Er soll doch entsprechend handeln. Es handelt sich um ein X-HTML-Dokument. Wir haben auch reinen XML-User-Agents mitgeteilt. Die lesen das ja da unten nicht weiter, also in Doctype. Das interessiert Sie an der Stelle nicht, dass es UTF-8 ist. Dann können wir nur noch hoffen, dass das Dokument genau so in die Datenhaltung auf dem Webserver landet. Das ist gut.